Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Max. Willkommen zu meinem Let's Play Fallout 4. Wir sind auf der Suche nach der verschollenen Patrouille der Bruderschaft. Haben ein paar von denen gefunden. Die haben sich in die Luft gejagt, die Penner. Explodierst du gleich? Da ist eh nix. Oh ja. Fuck, Alter. Okay, der gräbt sich ein, der Penner. Meine Rüstung ist schon fast kaputt, ey. Wo ist er? Krasses Vieh, ey. Ich glaub, ohne Rüstung wär ich fast am Arsch. Mutantentöter Fatman. Nur gegen Supermutanten. Egal. Da sagt man nicht nein, ne? Okay. Hätte ich nicht so einen Kompass, dann würde ich immer die Richtung verlieren nach einem Kampf. Bis ich nicht mehr, wo oben und unten ist. Jetzt hab ich mir selbst wehgetan. Jetzt hab ich mir selbst wehgetan. Was haben die hier gefressen? Diese zwei Mücken haben euch getötet. So ist das Leben hier. So gibt's hier ne Lücke im Zaun. Bestimmt, ne? Schutzhütte. Okay, ich bin vor Strahlung auch nicht so geschützt. Mein linker Arm ist komplett kaputt. Ich glaub, ich muss aber nicht ins Gebäude. Okay. Wie weit ist es hier noch? Ich will ja nicht allzu auffällig sein. Okay. 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 So? Okay. Hier muss doch irgendwo der Bunker sein. Oder ist das da vorne? Aber hätte ich nur ein Jetpack, ey. Der Bunker der Bunker der Bunker der Bunker ist. So, ich glaub nicht, dass es hier ist. Aber ich sollte da mal vorbeischauen. Das ist bestimmt nicht markiert. Der Polizeiprotektor ist nur hier. Vielleicht kann ich den ja mitnehmen und der hilft mir. Eine zweite Etage haben die auch. Oh, das wird nicht einfach. Das wär's. So, jetzt hab ich's endlich geschafft. Einheit aktivieren. Aktivierung, Effektron zu Diensten. Weiter gehen, Bürger. Na, komm mal mit. Musst du ihn jetzt auch nicht unbedingt abknallen. Wenn du Munition suchst oder erschossen werden willst, bist du hier richtig. Okay, weißt du mehr als ich? Hey. Hast du was auf dem Herzen? Hey, Valentine. Wie läuft's mit der Jagd nach Eddys Bändern? Ich bin noch auf der Suche. Lass mich einfach wissen, wenn du sie gefunden hast. Okay, dazu will er erstmal nix sagen. Okay, da unten scheint es zu sein. So hoch war doch gar nicht der Sprung. So hoch war doch gar nicht der Sprung. Dann wollen wir mal reingehen, ne? Äh, runter mit der Waffe. Keine Bewegung. Keinen Schritt weiter. Sonst, sonst, sonst blase ich dir den Schädel weg. Wer seid ihr? Wer schickt euch? Wie seid ihr hier reingekommen? Bist du Brandis? Was? Wer bist du? Woher kennst du diesen Namen? Ich folgte den Notsignalen, die dein Team zurückgelassen hat. Ihre Holobänder haben mich hierher geführt. Die anderen. Was ist mit ihnen geschehen? Hm. Was ist mit ihnen geschehen? Sie sind tot. Dachte ich mir schon. Ich wollte zu ihnen zurückkehren, musst du wissen. Aber ich... Ich konnte nichts für sie tun. Nicht allein. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu finden. Ich sollte dir etwas geben. Ich habe über die Jahre viel gesammelt. Technologie, Kremskrams. Wenn du was haben willst, nimm es. Ist das alles? Ich lebe allein. Ich gehe den Leuten und Dingen aus dem Weg. Was willst du? Ich könnte dich auch hier schlafen lassen. Ist in Ordnung. Oder isst doch was. Es ist nicht viel. Aber wenn du Hunger hast, sonst... sonst habe ich nur noch meine Waffe und... und... nein, die brauche ich noch. Du... du kannst sie nicht haben. Die Bruderschaft braucht dich, Paladin. Es wird Zeit, sich zurückzumelden. Ich kann nicht. Es ist zu lange her. Ich... wäre nicht mehr von Nutzen. Was hast du die ganze Zeit über gemacht? Ich... hab die Gegend erkundet. Dinge entdeckt. Aber... ich bin ganz allein. Es war... einfach zu viel. Ein zu großes Risiko. Ich hab mich versteckt. So lang. Drei Jahre? Ja... Ungefähr. Zu lang. Ist alles in Ordnung mit dir? Ich... ich schaff das. Ich versteck mich. Und kämpfe. Gegen jeden. Und... alles. Wieso denn später? Ich weiß nicht, was da noch kommt. Niemand kennt das Commonwealth besser als du. Wir brauchen deine Hilfe. Ich bin schon zu lang hier. Ich bin nicht mehr ich selbst. Würde man mich noch aufnehmen? Ja, klar. Die Bruderschaft wird die Erinnerung an dein Team in Ehren halten. Solltest du nicht seine Geschichte erzählen? Nein, es gibt kein Zurück. Nicht für mich. Nicht mehr. Bis später dann. Auf Wiedersehen. Und... Und... Danke. Okay, hab ich das jetzt hier alles abgeschlossen? Na, lass mal kein Beruf aus der Vergangenheit ist. Ich dachte schon, da kommt wieder was... ...aus dem Boden. So, Radio brauchen wir nicht. Er sagt, ich kann mich hier bedienen, also schau ich mich mal um. Ja, ich mach die Mission, damit ich zu Paladin Dance gehen kann und gleichzeitig auch in dem Polizeirevier... ...dort ein paar Holomarken halt finden kann. Äh, Holobänder. Die haben was mit Nix Fall zu tun. Dazu noch später. So, jetzt höre ich mir das hier mal an. Schnell an der Bruderschaft. Erkundungsteam 429 Alpha. Letzter Bericht. Unsere Mission ist gescheitert. Sechs Stunden nach Beginn geriet meine Kompanie in einen Hinterhalt. Wir haben fünf Ritter verloren und die Reserven unserer Powerrüstung sind erschöpft. Wir haben die Rüstungen zerstört, um Plünderungen zu vermeiden. Dann zogen wir uns unter Beschuss zurück und gaben unsere Vorräte auf. Ich wurde innerhalb einer Woche von den zwei verbleibenden Mitgliedern meines Teams getrennt. Beide sind vermisst. Status unbekannt. Ich hatte gehofft, sie an unserem Bunker zu treffen und mit ihnen aus dem Commonwealth fliehen zu können. Aber bisher ist niemand gekommen. Niemand ist gekommen. Ja, schade. Die nächsten Punkte muss ich mal in Charisma investieren, damit ich dann nicht immer saufen muss, bevor ich irgendwie ein Gespräch halte und jemanden überreden muss. Aber wenn ich dann die Punkte habe, dann investiere ich das bestimmt woanders, weil ich dann aktuell was anderes brauche. So ist das, ne? So, Nick. Aufgepasst. Ich höre dir aufmerksam zu. Du darfst mir was abnehmen. Was immer du brauchst. Bin ich jetzt immer noch überladen? Zum Glück nicht. Oh, ich dachte jetzt wäre ich überladen. Okay, ich werde meine Siedlung reisen und den ganzen Schrott abladen. Jetzt habe ich den gar nicht benutzt, schade. Aber das kommt bestimmt auch noch. Okay, wo ist Nick? Wo treibt sich der Pille immer? Aufgepasst. Ich bin ganz ohr. Schau dich um. Ich bin malen. Ich Ich bin ganz ohr. So, die Rüstung werde ich mal nicht reparieren, ich reise jetzt erstmal zu Paladin Dance, ins Polizeibüro. So, ja guck mal hier, jetzt stehen die endlich mal draußen, ja. Hey, deine Knarre gefällt mir. Sieht aus wie so eine Minigun. So wie die hält, krass. Ja, den Skill muss ich auch mal ein bisschen aufwerten, dass ich die Waffen endlich modifizieren kann. Paladin Dance wartet drinnen auf dich, Rekrut. Ja, ja. Dank unserer Vertibirds sollten wir die Lufthoheit haben, die wir brauchen, um diesen Krieg zu gewinnen. Die Kavallerie ist da und hat die dicken Knarren mitgebracht. Warum hat die Bruderschaft das Schiff hierher geschickt? Wir nennen sie die Pridmen. Sie hat genug Truppen und Ausrüstung an Bord, um eine Großoffensive zu starten. Wenn sie hier ist, dann ist auch ältester Maxon hier. Und das heißt, wir ziehen in den Krieg. Wer ist ältester Maxon? Maxon? Der Mann ist ein Irrer. Maxon ist der Befehlshaber dieser Sektion der stellenden Bruderschaft. Er ist ein Vorbild für jeden Soldaten der Bruderschaft. Falls wir in den Krieg ziehen, dann wird er den Angriff anführen, das kann ich dir versichern. Nun, wie dem auch sei, du wirst die Pridmen jetzt ganz aus der Nähe kennenlernen. Ich habe Befehl erhalten, dass wir beide uns sofort auf dem Schiff melden sollen. Folge mir aufs Dach des Polizeireviers. Zeit für einen kleinen Ausflug. Neuen Commonwealth zu sein ist so aufregend. Hier muss es so viel Technologie geben, die unsere Gelehrten noch nicht kennen. Den Abschaum des Commonwealth zu verschonen kann tödlich enden. Es sind ja krass viele Leute auf einmal. Hallo. Kaum zu glauben, dass du mit einem Sünd reist. Okay, ich glaube, das kommt nicht ganz so gut. Aber eigentlich wollte ich auch nix Aufgabe hier weiter fortführen. Aufgaben da. Ja, das kann ich ja später bei dem abgeben. Irgendwie will er das jetzt nicht. Okay. Das ist wahrscheinlich Paladin Dance, ne? Oder? 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 Nee. Cool. Muss ich mir jetzt das Holoband auch noch anhören, oder was? Nee, da ist jetzt keins drin, ne? Muss ich hier irgendwie mir einen Code aufschreiben? Ich weiß es gar nicht. Okay. Ja, ich dachte, ich könnte mit Paladin Dance auch nur sprechen und gleichzeitig diese Quest abgeben von der Patrouille. Okay, aber leider geht das nicht. Oktober 2077. Aufgepasst! Rede weiter! Wie läuft's mit der Jagd nach Addys Bender? Na toll, keine andere Antwort. Ich könnte ja mit ihm drüber reden, der hat sich jetzt auch gelesen. Was ist hier? Hallo Team, Captain Whitmark hier. Wir kommen bei der Sonderkommission. Operation Winters Ende beginnt jetzt. Mit Ihnen. Zusammen werden wir Eddie Winter von seinem Kronstoffen und seinen Hintern in einen 2000 Volt Entspannungssessel verfrachten. Entspannungssessel nennst du das? Wenn es nach mir ginge, würde ich die wilden Kuhle, Mutis und Sons allesamt ins Weltall schießen. Aber zum Glück geht es nicht nach dir. Ah, hier ist nicht der Ausgang. Gut, dass Dantys Trupp uns das Signal geschickt hat. Sonst wären sie jetzt auf sich allein gestellt. Die letzte Person, die einen Befehl von Captain Kells nicht befolgt hat, durfte Rost vom Rumpf der Pridwen abschaben. Von außen. Was lange währt. Ja, das werde ich mal weiter verfolgen, damit ich vielleicht Nick, äh, Nicks Perk freischalten kann. Und wenn ich mit einem Synth bei der Bruderschaft auftauche, kommt das eh nicht so gut. Also, einen Begleiter will ich jetzt auch nicht dafür tauschen. Also bleiben wir erstmal bei Nick. Was ist hier? Ah, da könnte ich wahrscheinlich noch andere Holobänder finden. Und was ist dort? Okay, gehen wir erstmal da hin. So, ich glaube hier war ich schon in diesem Gebäude. Aber jetzt muss ich für den anderen, in eine andere Mission halt hier rein. Ich habe ja hier noch eine andere Waffe. Und die wollte ich mal ausprobieren. devemS und ich höre Joe nicht, deutlich das ist wo auch ich bin Und warum sollte ein Geschützturm einen großen Kammer bewahren? Und der andere? Kann ich mir die Kugeln auch wiederholen? Ah, jetzt hat Nick das schon zu Ende gebracht. Okay, das war so eine komische Waffe, aber egal. Hab ich mal ausprobiert. Was haben wir hier, hinter Tür in Nummer 1? Das ist nichts. Ich bin blind. So, jetzt können wir reingehen. Da kommt jemand. Da ist er, siehst du mich? Ah, da treffe ich nicht. Wo ist die hin, Mann? Du musst! Der Kampf ist vorbei, wolltest du sagen? Das ist so gar nicht nötig. Ich hab sogar die Lampen an. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Na, wenn das mal kein Besuch aus der Vergangenheit ist. Okay, hier ist nur Schrott, ne? Ich bin überladen. Und der Schritt ... So sieht man also aus, wenn man zwei Jahrhunderte lang nicht Staub fische. Aufgepasst! Wenn ich habe, was du brauchst. Okay, Nick ist jetzt auch voll. Also muss ich mich mal jetzt beherrschen, was ich alles so mitnehme. Geh mal da! Nein. Okay, einmal speichern. Ich will nicht wieder von vorne anfangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bäm, fast hätte ich dir in die Fresse geschossen, Nick. An dieser Stelle mache ich mal genau eine Folgenpause. Und wir sehen uns morgen. Oder gleich. Ciao.